Herzlich Willkommen zurück Leute, Fortnite Battle Royale in der neuen Season mit den üblichen Verdächtigen. Guten Tag, Schornstein landet einer und... Er schlägt mich, er schlägt mich. Oh, bist du da hingegangen? Ich helfe dir, ich helfe. Oh nein. Ich schieße ihn nur mal ein bisschen in den Rücken. Ich schieße ihn, ich schieße ihn ab. Ich versuche nur eine Waffe zu finden. Ich habe eine Pistole. Hier unten bei mir. Kunran, hab einen. Ich weiß nicht wo es ist, ich weiß nicht wo es ist. Das könnte ja gewesen sein. Vielleicht. Hast du ihn? Ich habe einen. Nee, nicht ganz basic, aber so ähnlich. Hier sind noch mehr draußen. Ja, ja, hier. Da noch einen. Wo ist der Alex? Irgendwo unter mir. Bei mir ist noch einer. Ich höre nichts in der Kackmusik hier drin. Hier muss noch einer sein. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Auf dem Fakten, wo wir drin sind. Hab schon, Wick. Noch einer auf der Disco. Da kann ich nichts gegen tun. Wo ist der Ausgang? Der hat 27 Damage von mir bekommen. Ich muss einen töten, damit ich eine bessere Waffe habe. Auf die Distanz. Ja, der ist down. Und jetzt ist einer Süd-West oben. So weit. Ich komme halt nicht höher. Scheiß. Okay, Süd-West auf dem Berg. Müsste ein Void sein. Ui, es tut mir leid, aber... Süd-West? Ja. Abschuldigung. Oh, die Musik. Es waren aber nicht die, die in Südosten gelandet sind. Ich habe eine M4 für jemanden. Kommt her. Ja, danke. Ich habe auch noch eine. Da habt ihr alle. Qualität? Grau. Qualität. Qualität. Alex, ich bringe sie her. Hier. Und Mini Schilltrank. Ich habe Sieg nicht. Würdest du die haben? Yes. Ich kann meinen OBS nicht mehr starten, Leute. Egal. Was ist denn mit denen im Süd-Osten, die auf der Factory gelandet sind? Das waren die doch nicht. Ah, hier ist einer hochgelaufen, das könnte der Void wohl auch sein. Ja, der Void, genau. Der Void... Oh nein, ich bin über den Reifen gelaufen. Okay. Hier ist der Void hochgegangen. Da ist er noch. Der hat eine Waffe geholt. Lol. Lol. Er hat 9 HP. Er kommt. Ich werde von hinten beschossen. Ich werde von hinten beschossen. Nein. Du machst mir keinen Damage. Er schießt doch auf mich. Ich sehe nur nicht. Wo? Alter, du das war eigentlich. Ich sehe, auf der Straße, auf der Straße ist er. Hinter diesen Gebäude, hinter diesen Gebäude. Ja, links. Ja. Wo genau? Oben drauf, oben drauf. Hat kein Schild. Nee, das ist er nicht. Da ist noch ein anderer. Ja, da, eh, Osten. Auf dem Dach, bei Kundern, auf dem Dach, bei Kundern. Ich muss drunterspringen. Komm, Kundern, nicht alleine. Da ist er. Ich bin auf dem Weg. Da kommen wir. Er hat kein Leben mehr. Ja, hab einen. Achso, das war der, ja. Äh, Alex Berlin. Keine AR mehr. Äh, 3,30. 3,30 hinter der Mauer. Sieht mich. Zu drunterspringen. Wo ist er? Der Ball ist grad hoch. Haben wir. Sorry. Medikit hab ich hier. Medikit? Ja, nice. Kundern braucht auch noch was. Ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab. Ich hab. Schön am Leben bleiben, boys. Sehr gut, sehr gut. Ey, den Oben hab ich nicht getroffen und ich weiß nicht unbedingt, ob es an mir lag oder... Also, ich war voll drauf, aber ja. Okay. Den Oben kennen das so viel. Der bringt Glück. Der, was ich jetzt spiele. Dann muss ich mal gleich los. Äh, ja. Äh, ja. Hat einer Armonie gelootet? Ich hab 28. 46. Ich hab 39. Ja, ja, passt. Komm, so. Wir schaffen noch 10 geben. 30 Schuss reicht eigentlich für'n Fein. Ich geh danach eh ran. Was passiert? Ich kann da nur nicht auf Reign schießen. Das ist nur ein Evolver. Ja. Ja. Das ist für'ne Kasse. Okay. Interessant. Wir alle sind eben noch zu Ende springen. Dann gucken wir uns das mal an. Ich glaub, da ist dasselbe wieder wie letztes Mal, oder? Ich wollt grad den Tipp, ich wollt den Tipp grad geben und die Zuschauer update nicht euren NVIDIA-Treiber mir aufnehmt. Ja. NVIDIA, Windows. Ich hab schon wieder dieses mit denen, das nicht da, weißt du? Genau, richtig. Das hab ich morgen früher auch wieder. Komisch irgendwie, dass es so ab und zu dann wieder passiert. So. Naja. Alle, die nehm ich mit. Ich hab jetzt 57 AR, ich weiß nicht. Immer noch 28. Ja, ich kann den nochmal 10 geben oder so. Jetzt würd ich wenig machen, weil der auch so wenig hatte nicht. Okay. Da ist noch diese Brücke, die gefährliche Brücke, wo die Kisse unten ist, aber die kann ja... Ja. Alter, das, bitte, epic, wenn ihr das hört. Mach das Loch wirklich einfach viereckig. So. Vier. Es ist, ich finde, na klar, ne, selber schuld, wenn man da doof runterfällt, aber es ist noch so viel ärgerlicher, wenn man durch sowas stirbt, als wenn die erschossen werden. Ja, ja, genau. Du kommst echt weit, nix. Oh, kalt. Kaput, hol dir mal die Kiste. Kaput. Fühl das mal bitte vor, damit wir nochmal sehen. Ja, damit auch die Zuschauer wissen, was gemeint ist. Ja, was da so... Du schaffst, das ist echt schwer. Das ist super schwer. Ja, der hat's geschafft. Ja, der hat's geschafft. Ich trau mich nicht. Das wäre ein Jug für dich. Guck mal, hast du eine Belohnung gekriegt. Den muss er selber nehmen. Aber komm erst von der Brücke wieder 100 Kapuze, du bist da echt viel sichtbar. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin mit dem Roller. Roller Skin. Da bin ich noch mal 10er R. Jo, danke. Reicht dann auch für einen Kampf. Jetzt sind es insgesamt 20 Minuten. Ich würde auf jeden Fall den Jug gleich nehmen, aber erst in die Zone rein. Die Zone ist in zwei Minuten. Okay, okay, okay. Gut. Wenn wir oben den Berg rum links, oder? Ja. Ja. Meine Superheroes. Leider gibt's noch nicht so viele. Vor allem, ich will einen Cape. Ja, wird noch einiges kommen. Ja, das ist ganz sicher, ganz sicher. Ich glaube nicht, dass kein Cape kommt wegen Performance-Gründen. Es gibt eine Art Cape ja schon. Es gibt so einen kleinen Cape. Ne, 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 ne. Der Celtic hat einen abgerissenen Umhang. Genau. Das ist ein Cannon. Schüsse in Norden. Nehm mal den Jug jetzt schon mal. Du hast noch 1,30 bis die Zone da ist kaputt. Ja. Ich hätte gerne. Also ich habe nichts auf die Distanz, ne. Keine Hunting Rifle oder so. Also ich kann gar nichts machen. Aber eine M4 hast du. Ja, eine M4, eine Shotgun und einen grauen Revolver. Zwei Leute, drei Leute auf dem Berg. Das ist, damit will ich keinen Fernwehren haben. Vielleicht können wir die überraschen. Ja. Genau, das ist noch eine Weidestrecke. Ja. Und die haben genug Zeit, um sich zu recoveren. Stimmt, die werden komplett voll sein, ne. Außer die haben halt einen Spieler verloren. Kann ja sein. Es kann sein, dass wir 4 gegen 2 spielen. Vielleicht heben die noch auf. Das wäre perfekt. Nicht über das Rolles gehen. Das hätten wir überhören müssen, ne. Wir müssen eh einfach straight drauf. Aber hauptsache zusammen. Hier ist einer. Scheiße. Komm Jones, wir sind spät dran. Komm raus rein. Rechts hinter mir noch. Genau den da, zwischen uns. Okay. Weiter, weiter. Erst hocken. Komm ein. Ja, ja, ja. Ist gut ausgehalten, der Typ. Das Lagerfeuer, das ist ein Lagerfeuer. Das Lagerfeuer können wir gleich stellen. Aber du nimmst, du nimmst den Jug Kapuze. Ja, okay, okay, okay. Ich hab noch ein Medi-Cat auch genutzt. Achso, hast du ihn noch gar nicht genommen gehabt? Ne, dann nimm Kapuze, den Jug, Kunan. Ne, trotzdem das Lagerfeuer. Weil du bist auch noch low. Ja, Lagerfeuer auf jeden Fall. Ich hab ein Lagerfeuer. Also ich leg's. Soll ich's legen? Kannst du ihn nur nicht legen? Ja. Du musst den Boden nebenbauen. Ich guck mich noch mal ein bisschen um, ne. Nach Stuff. Dann dopp ich jetzt ins Lager. Okay. Habt ihr AR, wo die wieder gelootet, oder? Oder Kunan will zu Ninjak. Ne, mach ruhig. So Jungs, ihr würd' mich freuen, wenn's klappt. Ein bisschen AR. Und ein bisschen Sniper. Okay, ich hab immer noch so 46. Ne, das ist nicht AR. Das ist AR. Und ein bisschen Sniper. Ich geb gleich auch noch AR. Hab ich 11. Danke. Wo seid ihr beide? Wo sind die Lagerfeuer-Bogos? Da unten. Also unten am Lagerfeuer. Ist das nicht unser Boden? Ich kann nicht bearbeiten. Da durchtoppte die Sniper. Dann hab ich schon. Komm mal hier hin zu mir. War ich. Bau mal, also passt. Was willst du? Äh, 30 Schuss einmal AR für einen, hier. Ja, würd' ich nehmen. Ich hab 64, alles gut. Okay, ich würd' dich aber trotzdem hinnehmen. Trotzdem nochmal ein 20 hier. Okay, was will ich? Dann hast du 80 Schuss, nimm die. Nimm die. Okay, okay, okay. So. Tilted ist noch ein Team ganz links gerade. Haben wir hier noch irgendwo... Hier liegen blaue Schottis rum. Ja, ich würde nie... Ah, da kämpfen noch welche. Sogar Tilted. Wir sind nicht in der Zone. Und sogar... Ja, Tilted kämpft was da. Wir sollten runter, wenigstens schonmal. Ich geh' in diese Treppe hier, die gebaut wurde. Seht ihr das Norden, die Treppe, die da hoch geht? Dahinter irgendwo. Oh leu, was ist denn hier passiert? Flug zum Bauern übrigens. Ich hab' über knappe 400 Holz. Äh, ja. Ich würd' auf jeden Fall gleich... Würfel hast du, Conan? Ich hab' 150. Ich hab' 120 zusammen. Ja, die bauen jetzt den Berg hoch. Liegen noch Splitter? Einen Splitter. Geißer. Ich nehm' ihn. Ja. Ne, im Norden. Laufen auf den Berg hoch. Ja. Das ist ein einzelner Spieler. Ich hab's versucht, weil er grad gerade ausgerammt ist. Hier werden Mini Schildtränke drin. In dem Haus noch bei mir. Ich kann die stecken. Ich weiß nicht, ob wir's noch schaffen, Zeit. Ich hab' sie grad beim Hochspringen gesehen. Ja, hier. Genau auf der Ebene. Okay, auf der Ebene. Hol' sie. Ich geb' mir ne Autodorf her. Äh. 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 Okay, wenn's wirklich okay ist. Ja. So. Ich hätt's ja halt auch nehmen können, aber ja gut. Ja. Alles gut. Ich seh' den nicht. Der versteckt sich irgendwo. Denken wir, das ist ein Standardskin? Nur, falls ich dann dran... Falls wir einen finden. Der muss sich irgendwo hier verstecken. Okay. Oh. Der fiese Bob. Shit, wo ist der hin? Oh, wo bist er? Ich bin, äh, ich bin neben dir. Ich bin auch schon oben. Weil ich geb dir die... Holz hol' ich dir. Oh, nice. Achtung, nicht Snipern lassen. Bitte die Hälfte. Okay, danke. Fuck, wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Na, er hatte doch... Ein klein bisschen vor... Na, links am Baum. Ich seh' ihn. Ah, ja. Ah, ja. Ah. Das war er. Das war er auch. Ja, ja. Dazu führ ich eine Auto oder so? Die Nummer ist banned. Ich hab's geschafft. Nö. Warte mal, die Dings nehme ich mit. Wolltest du die Shotgun-Money haben, Alex? Nö, ich bin verbannt, aber es war nur einer. Weil du straight drauf zugelaufen bist. Ich hab 7,5 Sniper schossen. Äh, lol, kannst du mir die Mini-Schilddränge geben? Ich hab gar kein Schild. Kann dir einen geben, ne? Ja. War da nur einer? Ne, ne, ich hab mir was aufgucken. Ja, der hatte wahrscheinlich 2 getrunken, ist gestorben, hat einen gedroppt. Äh, äh. Brauch ich mal einen Sniper, ich hab 57 Schuss. 88. Guckt es alle an, damit ihr den Ladebalken bekommt. Einfach angucken. Einfach, reicht schon. Du wirst jetzt, wenn du gleich aus dem Match rausfüßt, ein Lowlist gekriegt. Geht schon mal raus. Ich mach schon. Äh, ich würd Metall gerne haben. Wenn's für euch passt. Und jetzt haben wir's? Konan, ich, ähm, Konan, pass auf, komm her. Zu mir. Äh, hier, 265 Stein. Jo. Hat Alex aufgehoben. Glaub ich. Ja, du bist genau draufgeschoben. Du hast von mir Stein bekommen, ja. Okay, ja, lol, passt doch. Ich hab 999 Holz. Okay, ich hab 200 und 200 jetzt, das reicht. 500 Stein. Ich hab ein Jump Head aber aufgehoben. Direkt vor uns, Klaus. Scheiße. Sorry. Ja, alles gut. Ne, ist echt nicht weit weg. Ne, ne, ich bin zu weit weg. Modernes Haus ist auch noch einer, den hab ich. Aber einer ist ungedatet worden. Modernes Haus ist down. Also niedergeschlossen. Modernes Haus. 100 Engineers kommt, sag ich von mir. Ja, sick. Wenn ich da reagier. Ich bin auf die drauf gelandet, ey. Ich auch, ich bin auf die drauf gelandet, ey. Ich auch, ich bin auf die drauf gelandet, ey. Ich konnte nicht scheißen da durch. Sack. Ein Mini Schild, Alex, komm her. Äh, genau, close. Mini Schild, nimm den noch. Ja, ja, ja. Nordwesten, mitten auf dem Platz. Hier oben ist auch noch ein Mini Schild. Ne, fuck, ne, bei mir. Von links fließt. Das muss hier raus. Der ist down. Das war der Nate, das war der Nate, dude. Wieder unter uns. Sticky, hat die einer? Okay. Ja, nicht, dass die einer abbekommen, Jack. Weil dann weg, hätte ich gesagt. Dann fahm geht's. Hat die einer, ja, fahm geht's. Wenn du die gehabt hättest, dann lauf uns nicht nach. Da liegen noch zwei Medikids. Geh weg von dem. Kleine Schildränke bei mir. Äh, okay. Äh, ja. Kann einer die Medis stacken? Hier sind zwei. Okay, ja, ja. Ich kann noch mitnehmen. Unter der Treppe, wo wir die grad haben. Ich hab die Fortbildung. Willi, wer die Fortbildung? Äh, kannst du in die Zone fahren? Alex, mach keinen Mist. Ach du Heilige. Du bist tot. Alles gut, ja. Ach ja, ich hab extra das Spray-Logo genommen. Ich hab ein neues Spray-Logo. Warte, wie ging das nochmal? Genau. Vorsicht, Falle! Hab ich. Und das will ich nächstes Mal wirklich dahin sprühen, wo ich ne Falle an die Decke anbringe. Einfach, wenn da wirklich mal einer down geht, dass er sich dann dreht. Oh scheiße. Das ist wirklich scheiße. Hier stand die Warnung doch. Vorsicht, an die Tür draußen so. Oh, ich geh hier rein. Oh, einmal reinlinsen. Vorsicht, Falle. Sind denn, sind denn die? Äh, vom Berg, die kommen sich auf den Berg, oder? 2,40. Hast du die Fortbildungsgranate noch? Ich hab sie geworfen. Okay. Sonst hätte ich gesagt, hause hier drauf, ey. Ich hab auf jeden Fall ein Drumpet, also wir kommen weg, notfalls. Oh. Da sollte es gar nicht hin. Ja, der Berg ist natürlich immer noch gefährlich, NO. Weil die höher sind als wir. Vor allem Raketenwerfer, wer... Oh la, wo sind die? Äh, die Wand hinter dir, Alex, muss die da sein? Nö. Falls Raketenwerfer kommt. Hä? Ich seh hier alles, aber ich seh keinen. Ja, haben wir wieder... Wir haben auch noch ein Team. Ja, und plus... Also wir können zwei Team haben uns auch noch. Kann auch irgendwie... Ja genau, kann 3-2 sein, oder so. Links, 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 Osten. Wie weit weg? Ähm, noch weit weg. An den Bäumen da. Ja, zwei Headshots. Einer hat kassiert. Kunran. Einer ist schon close. Der ist an den Bäumen hier vorne, weil ich sagen. Ich hab den Medikit. Äh, Tankstelle 2. Kunran, warte. Nehm nicht das Medikit. Warte, warte, warte. Hier. Alex, wo? Hm? Tankstelle 2, hier links. Ich hab aber auch genau in den Schuss reingeguckt, ey. Und auch Tankstelle auf. Sind nicht drin. Ne, sind nicht drin. Wir müssen auch... Haben ihn. Einer. Einer. Es müssen noch zwei kommen, bin ich wieder dabei. Einer. Hat nen Hits. Der ist drin. Raketenwerfer links. Ja. Ich bin runtergefallen. Yo. Sehen. Ich kümmere mich um den einen Typen hier hinten. 2 Gegner. 2 Gegner. Pushen. Rückzug. Runter vom Haus. Fuck it. Runter vom Haus. No, 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 no. Runter? Seriously? Ja. Die pushen uns mit Granaten. Das ist wie so ein Kirmesspiel. Unter mir ist halt einer. Die werfen die Granaten oben rein, ey. Du hast recht. Wir müssen zu Alex erst. Ey, alles gut. Der baut sich hier ein. Ja, trotzdem. Wenn der weg ist, können wir uns alle zusammen... Er ist über dir. Der kommt. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab halt ein bisschen Angst vor dem hinter mir jetzt. Wieder über euch. Ist da und oben. Ja, nice. Okay, jetzt die letzten Cam ist die Tür. Ah, die sind jetzt an unserem Fort. War ich schön. Unser Fort ist aber nicht gut. Guck mal. Was hängt da... Ich höre mir doch das I hier von Fortknie. Oh, Moment. Sniper. Oh, Fortknie. Und wo war denn... Der Sniper vor oben links vom Berg. Vor mir, vor mir, vor mir. Was? Jones, hier bleiben. Westen, Westen. Ja, der muss vom Berg ausschießen. Sieht der mich? Nein, ne? Der kann mich nicht sehen, oder? Du hast noch ein Medikit, du hast auch noch genug Zeit. Ja, ich hab drei Medikitten. Alles gut. So, wo ist er denn jetzt? Guck doch mal raus eben. Nein, nein. Da will ich den Schuss sehen. Zeig dich nur, zeig mir das Käpfle. Du bist doch... Ich hab... Ich hab... Wir haben übrigens nicht eine Zone. Ja, ich weiß. Aber ich hab ein Zumpfett. Ich baue gerade ein Zumpfett vor euch. Der ist oben. Auf unserer... Doch... In unserer alten Burg drin. Ohne Sau. Und einer ist dahinter. Einreißiger Hit. Kirmesgranaten. Huch. Wohin? Okay, Alex geht rein. Komm, dann riskieren wir's. Der hat mich verarscht kurz. Fallen. Oh, zu viele Leute. Okay, okay, okay. Komm, stopp, stopp, stopp. Alles gut, alles gut, alles gut. Boah, Kapuze. Okay, komm, komm, komm. Ja, das ist passiert. Komm. Hab dich. Ja, nein. Medikitt hier bei Alex eben droppen. Einfach oben auf das Ding drauf. Ich baue das Ding gleich weg. Kommen bei euch. Nee. Ich hab dich. Das war nicht Kundern. Oben ist offen, Alex. Ist down. Hier unten liegt ein Jug. Alex, Jug hier unten. Der letzte ist im Westen. Südwesten, Südwesten. Das fehlt die Zeit. Fehlt die Zeit jetzt wieder. Okay, okay. Nee, wir sind in der Zone. Ich hab Arvin. Arvin. Das hab ich nicht gesehen. Ding, ding, ding. Warte, ich mach den Kapuze. Ich trink. Nein, den Hype. Ich will den Hype noch. Nicht aus Popcorn. Nein! Oh, gut. Wie viele Kids, wie viele Kids. Elf. Jetzt so. Sechs. Und du, Alex? Drei. Vier, weil Kapuze. Moment. Elf, zwei. Was hattest du Kapuze? Sechs. 13, 20. Und du, Alex? Zwei oder drei? Drei. Dann haben wir 23. Letztes Mal runter hatten wir 22. Endlich schlecht. War ne schöne Runde heute. Wie das aussieht. Einer isst Popcorn. Voll Idioten. Wenn das die Gruppe ist, die gewonnen hat, so. Dann denken die sich auch, was das für ein Schmackes ist. Der hat es nicht verdient. Wenn es euch gefallen hat, lasst es gleich schon mal vor. Ist dann was gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.